willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal wieder eine schöne folge scammers suchen ein altbekannter manio würde ich sagen geht es schon direkt los gut leute da haben auch schon den ersten kandidaten gefunden den dilono 1992 immer aufsinn 6sgs ja er hat geschrieben dass er noch im aufbau ist schon mal will nur ein im aufbau sieht man das aber jetzt nicht so ganz aus der ja ach der hat noch hier sein ja moin musste er hat auch mal kein schlechtes gut ich denke mal nicht dass der umsatz um einen weg ist gern trotzdem man weiß ja nie bei den leuten ja was hat denn der schon mal für ein fettes plot hier willst du mich verarschen 2.100 geht aber noch ein bisschen was 1.800 2.200 willst du mich verarschen das also ich hasse den festpreis festpreis 2.100 wir gucken gleich mal bei griffelwert was der wert ist so ja 2.100 so danke dir ich muss das ding ist ja ich muss sagen 1.100 ist schon ein bisschen zu teuer weil das ding ist normal kenne ich das so 1.800 1.900 vielleicht auch wenn du ganz viele kaufst 1.600 1.700 ist auch keine 2.100 und das habe ich ja noch nie gehört 2.100 von bieten naja dann würde ich sagen sehen wir uns gleich beim nächsten wieder so gut Leute wir sind jetzt ja beim nächsten angekommen beim chili moon da ist auch so ein hier drüben hat er sein job hier drüben hat er noch so ein drachenspiel hat anscheinend ein ganz normaler spieler gs so wie es aussieht premium spieler müssen jetzt wissen ich bin alles durchgegangen aber überall nur dinge sie sehen halt supremes und titans und jetzt mal dass mich im premium spiel angeschrieben hat wer hat ein job ist gut wir schreiben ihm mal dass ich zwei karten kaufen möchte ich habe das schon mal jetzt ein bisschen unten geguckt wie ihr seht hat ja auch ein paar schöne nette karten ich habe auch schon gefragt er hat keine beacons im angebot ok was kostet das weil das müsste ja ungefähr gut kommt drauf an sagen wir ein tausender vielleicht tausender aber nicht so viel wie ein bieten der also ich bezahle ja schon wir haben ja heute schon 2.100 von bieten bezahlt das eigentlich schon wirklich ein unverschämter preis ist und das hat dennoch gesagt hat fest preisdecker da wollte ich ihn wirklich schon wieder durch meinen bildschirm hin erwürgen aber dann habe ich es auch sein lassen ja 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 ich bin natürlich bereit zu geben ja wie viel kostet ist wie viel kostet das zusammen wenn wir sie hat wenigstens die karten kommen blog ja gut das ist die karte von youtube die eigentlich für die da hat noch sonst noch ein paar sein ganz normal ist ja wo ist denn der 10 hat sonst in seiner ec süßigkeiten dinger und points und jetzt ein ganz normales spiel wo ist denn der typ jetzt kann ich ja wirklich schon gar nicht leiden und kenne ich kein einzigen davon so 600 ja das geht ja noch und ja ich danke dir das käme ich könnte gerne bei ihm einkaufen und zu dir wird selbst ein drittes gäste ich würde sagen dann suchen uns jetzt noch meinen letzten um gucken ob der mich dann scammt wenn mich heute denn wirklich kann es gehen muss ich wirklich sagen ist es meine ausnahme auf die vergibt wenn normalerweise habe ich die sachen premium spieler mit dran erkenne mich vielleicht doch geben aber dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder beim nächsten leute ich habe jetzt leider keinen mehr gefunden aber ich muss sagen für die heutigen folge dass ich den biegen für 2100 die kauft haben mit dem festpreis der die prägt mich immer noch auf leute und ich würde sagen wenn ich das kleine video gefallen könnte gerne ab und weg da lassen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao